Hallo und herzlich Willkommen zu einer Livestream Ankündigung und warte mal mein Mikrofon übersteuert schon wieder das Licht wahrscheinlich an dass ich gerade mit jemandem skype nebenbei ja das ist schon wieder zu laut so ich hoffe das übersteuert nicht sonst kriege ich richtig so wollen wir jetzt mal weitermachen und zwar mit genau der Ankündigung ich mache einen Livestream am Samstag am 23.1.2022 2016 da werden wir heute viele Spiele spielen und so weiter und so fort ich hoffe ihr seid dabei bis dann ciao